Auf Britzeln und Abwechslung, da T-Neid bei Mats und Katihels. Das verliebte Pärchen seit gut eineinhalb Monaten ganz schön auftrag. Doch das verknallte Duo gönnt sich ein klein wenig Zweisamkeit und genießt die kurze Erholung vom Neu-Eltern-Sein. Ein ganz besonderer Abend für den Profi-Kicker und die Desinnerin, die beiden Turteltauben waren zur D-T-Neid verabredet. Kleiner Ausflug zu zweit. Macht Spaß, sich wieder mal aufzubrezeln für den Mann. Kleine schöne kurze Abwechslung zum Baby-Alltag, schrieb die 29-Jährige auf Instagram. Auf dem Schnappschuss trägt die Bautiova-Knee-Stiefel, einen süßen Falten-Mini-Rock und eine schwarz-weiße Bluse. Doch das schönste Accessoire des Outfits ist die lange weiße Rose, die bestimmt von ihrem Schatz bekommen hat. Auch am Valentinstag ließen es sich die beiden nicht nehmen, ein wenig Zeit ohne ihren Fratz zu verbringen. Mami und Papi hatten heute den Luxus, ein paar Stunden für sich zu haben, schwärmte neulich in einem ihrer Posts. Ent Bis zum nächsten Mal.